Ich liebe sie, und ich werde einen Entwurf finden, um sie zu finden. In einem bestimmten Kontext gibt es einige sehr kleine Geschichten. Aber ich denke, es wird nur eine Sache sein. Gut, okay, dann sag ich von meiner Seite schon mal vielen Dank an Jeff, und auch an Pete und von über das Etta. Denn das waren die Fragen, die ich zu stellen hatte. Und ja, werden wir jetzt gleich zu halten.